Ey, ich spam immer noch Skills und hab noch Mana, okay jetzt nicht mehr. Warte, ready? Live-streaming? Ne, live-starting? Jetzt. Wir sehen ja, wenn sie zuguckt. Sagen nein zwischen uns auch hier und zusammen und jetzt wollen wir uns nicht mehr verlieren. Wie seid ihr noch schön? Weil ich das noch nicht kaputt machen wollte? Nein, der Slack ist wieder... Oh ne, Schwert. Woll! Pär! Oh ne, Schwert. Ja, sie guckt zu. Oder ich guck zu. Keine Ahnung. Ich guck zu, ja! Ja, ich hab's nebenbei immer auch noch offen. Ja, das zieht noch mehr Leistung, ne? Also alles zieht Leistung. Nein! Hahaha. Hahaha. Holy moly. Jetzt hat er aber den Gummibärchen-Boss verpasst. Gummibärchen noch du? Nope. Ich frag sie mal, ob sie... Alter, das Game ist auf einmal so laut, man nur darf. Jetzt? Fragezeichen? Jetzt überlebe ich aber... Aber mich würde es halt mal interessieren, ob man den Livestream meine Musik hört. Okay. Man hört... Man hört auch deine Desktop-Audio, ja. Solange du es nicht ausgestellt hast, ist es an. Yay! Das ist ein geiler Spiel. Kann sein, dass das Soundverhältnis, auch wenn es für dich sich okay anhört, ist im Livestream trotzdem vielleicht die Musik zu laut, zu leise oder ein Game zu laut ist oder so. Okay. Kann alles sein. Okay. Kann alles sein. Holy! OBS ist da viel, viel besser. Dä-dä-dä-dä-dä-dä-dä. Ich bin das kack. Hä? Sieht das auch so viele Iframs, das OBS? Was? Ob das auch viele Iframs sieht? Hörst du mal auf zu fliegen? Gehst du mal wieder auf den Boden, gehst du in die Mitte, los! Böses Mädchen, aus! Oh man. Bei mir steht unten ständig, ja du hast den übelsten Fehler und ja Iframs-Drop und Fick dich. Steht da als Sicherheitswarnung. Das ist kein Witz. Der Frame-Drop halt. Kann sein, dass im Stream auch die ganze Zeit stampelt ist. Boah. Kann alles? Ja? Echt jetzt? Ja! Ich habe schon meine Erwärmung mitgemacht. Wo ist denn da hin? Die Performance von Kritika ist wirklich so grottenschlecht, Mann. Fackt so ab? Was? Okay! Was denn? Du standest irgendwie da kurz, Emelow blöd, hm? Als sie sich weggeportelt hat. Was denn? Du standest irgendwie da kurz, Emelow blöd, hm? Als sie sich weggeportelt hat. Helmet mitgemacht ist, wie? Dass das weggepelzt hat. Oh, wie sah er noch was! Ja! Run, Niklas! Was? Oh, was 재�frau schrecklich? Ja! Ja! Ich glaub, ich hab's ein riesigen肉 Auto, Kannst du mir mal einen Gefallen tun und gibst mal ein bei YouTube inaktiv 23.11.2008 zum Kritiker. Inaktiv, Datum, Kritiker. Mein Browser funktioniert gerade nicht. Cool. Hörst du mich doch? Nääääh? Ah, jetzt geht's wieder. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.